Aua. Aua. Das ist doch... Aua. Mein Name. Das... Jetzt liegt ja wohl überall diese komischen Dinge hier rum. Was ist das ja klar? Die hören alle... Und doch heuer Godzilla noch nicht verfolgt. Die haben... Tja... Die haben... Die haben... Das ist... Ah, pass over here. Ah, Rettungsringschlüssel, endlich! Das Vieh, da prügelst du ja eine halbe Stunde drauf, ey. Ist das der Schlüssel zum Notfallkommunikationsraum? Ja, verschwinden wir aus diesem Monster direkt lang. Ja, das ist wirklich ein Drecksloch. Aber, ich sag mal so. Ein Schuss noch Munition. Wies mich feiern, ey. Dann mal kurz. Eieieiei, wir wissen jetzt noch kein Tag, wovon es hier sein, ne? Wenigstens etwas in der Hand. Alter, war war der da? Geht das hier wieder los? Schrauben drehen. Einmal losschrauben. So, schließen wir doch wieder mal die Elektronik. Wir müssen irgendwie hier hin. Hier muss anaktiv werden, hier muss anaktiv werden. Einfach. Rowling, Rowling, Rowling. Ein Schuss noch. Wieso, den hebe ich mir auf, bis du drauf gehst. Vordeck, na super, das hört sich ja dementsprechend gut an. Was langes Munitionsfreundliches. Kisse, na 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 na. Was langes Munitionspowers, ich hab ihn schon mit ihm gemacht. Auslandschlorien in Richtung 77,tm 79,tm69,tm 79,tm 79,tm 45. Abfall ich mir das so. Abfall ich auch das so schon wirklich zusammen mit, Was langes Rauch? Anfeufer in Richtung 300,tm 55. Abfall ich es nur. Abfall ich mich. Abfall ich mich. Was ist das? Was ist das? Ah, ja. Cash lost. So, wo muss man denn hin? So, wir können hin und hauen, das weiß ich nicht, wo wir hin müssen. Da haben wir uns ein bisschen Momentum eingekreift. Von der Stufe geht es wieder da hoch. Einmal durch. Einen erstaunlichen Sechsschuss und das ist heute ein bisschen mau. Hier drin ist aber nicht eingesperrt. Wir können nochmal gucken. Ein bisschen baue in die Feuerwaffe. Was? Was? Wer hört die Feuerwaffe? Blaulinn, Blaulinn, Blaulinn. Das war hier nicht. Hoffentlich funktioniert die Ausrüstung hier auch. Mal nicht den Teufel an die Vangil. Deine Vorahnungen werden meistens wahr. Wo soll ich mir jetzt hinschossen? Ja, ich muss ja jetzt da hinten. Genau, das war das ja jetzt. Wir müssen uns ja jetzt da hinten ran machen. Hm. Spektakulär ist das hier schon irgendwie gemacht, auf jeden Fall. Sieht aus, als wären wir beide zu spät. Wovon redest du? Ignorante Kreaturen, die nicht von uns wissen. Jetzt ist es Zeit zu reden. Schaut. So soll ich dann schmerzende Wunden mir wieder aufreißen, deren bloßes Angemenken noch wenig abonnebe. Unser maskierter Freund. Doch dient mein Wort zum Samen. Daraus dem frechen Verräter Schande sprießt, die ich schmeiße. Sehen und weinen werden wir sehen zusammen. Ich weiß nicht wer du bist und wie und warum du hier herunter kommst. Wir können die Welt verändern. Das ist der Diabis Virus. Wir können damit ein Fünftel des Wassers der Erde infizieren. Alle waren verweilt. Wir können das nicht verwandeln. Wir können das nicht verwandeln. Drachsüchtige Boten aus den Tiefen des Entfernen aus. Was ist also unser Mann? Ich wusste, es ist Weltruf. Die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Alle Hoffnung fahren? Er zitiert Dante. Schicken Sie ein Team zum Balkon Mocky Flughafen. Suchen Sie nach einem Hinweis auf dieses Schiff. Ja, habe ich verstanden. Okay. Ich schicke Quinten Keyes. Was? Los, ihr zwei. Macht euch bereit. Oh, ich hasse Schnee. Ich hasse Schnee. Ihr müsst so viel wie möglich über Weltruf herausschicken. Ich sehe gar nichts. Ich dachte, das Mittelmeer wäre wie ein großer See. Hab Geduld. Ein Schiff auf dem Meer ist sowas wie die Nadel im Heuhaufen. Meinst du wirklich? Aber das löst nicht unser Problem. Hey, hörst du mir überhaupt zu? Wir finden dich, Jill. Das verspreche ich. Okay, das war sehr lang. Einmal gestorben. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Dann auch später wieder. Bis dann. Tschüss.